Der Haarausfall ist ein natürlicher Prozess, der bei Hunden saisonal auftritt. Tieresschlau erklärt, wenn ein Hund übermäßig hart, warum das so ist und gibt dir Tipps, wie man übermäßigen Haarausfall stoppen kann. Kontrolliere den Haarausfall während des Fellwechsels. Eine der Hauptfunktionen der Hundehaare ist es, sie vor klimatischen Veränderungen zu schützen. Auf diese Weise ist ein Hund bestens darauf vorbereitet, sowohl Kälte als auch Hitze zu ertragen. Hunde haaren normalerweise zweimal im Jahr, das geschieht im Frühjahr und im Herbst. Es kann überraschend sein, wie viel Haare ein Hund verliert, aber das ist völlig normal. Wir sollten das Fell vermehrt bürsten, um zu verhindern, dass sich tote Haare ansammeln und in der Wohnung verteilen. Das saisonale Haarkleid wird unter normalen Bedingungen natürlich abfallen. Wenn Hunde daran gewöhnt sind, viel zu haaren, sich neben Heizungen aufzuhalten, an einem Ort mit wenig Sonnenlicht leben oder das Haus normalerweise nicht verlassen, kann sich der Prozess verändern und zu Haarausfall während des ganzen Jahres führen. In diesen Fällen wird das Bürsten noch wichtiger. Kontrolliere ihr Futter. Eine weitere der häufigsten Ursachen für übermäßigen Haarausfall bei Hunden ist eine schlechte Ernährung. Wenn du deinem Hund nicht die nötigsten Nährstoffe gibst, spiegelt sich das in der Qualität seines Fells wider. Es wird stumpf und rau und verliert übermäßig viel Haar. Der beste Weg, um Haarausfall bei Hunden zu bekämpfen, ist ihre Ernährung zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie das richtige Futter bekommen. So bringst du nicht nur die Vitalität des Fells zurück, sondern verbesserst auch sein allgemeines Befinden. Um Probleme im Zusammenhang mit der Ernährung zu vermeiden, empfehlen wir dir, hochwertiges Futter zu kaufen, das auf die speziellen Bedürfnisse deines Hundes abgestimmt ist. Du kannst auch mithilfe eines Experten für Hundeernährung eine selbstgemachte Diäte erstellen. Vergiss nicht, dass Omega-3 und die Vitamine A, C und B wichtig für die Gesundheit des Haares sind. Vergewissere dich, dass diese Vitamine in der Formel des Futters enthalten sind. Bei übermäßigem Haarausfall kannst du deinen Tierarzt nach der Möglichkeit fragen, deinem Hund Nahrungsergänzungsmittel zur Förderung der Fellgesundheit zu geben. Vermeide Stress Es gibt viele Gründe, warum Hunde unter Stress oder Angst leiden, zum Beispiel Veränderungen in ihrem Tagesablauf oder sogar schlechte Sozialisierung. Stress ist eine häufige Ursache für übermäßigen Haarausfall, aber auch für andere körperliche und Verhaltensprobleme. Die beste Lösung ist, herauszufinden, warum der Hund gestresst ist. Es kann ja zum Beispiel sein, dass wir dem Hund nicht genug Aufmerksamkeit oder Bewegung geben, um seine Bedürfnisse zu erfüllen. Wir können für mehr körperliche Aktivität sorgen oder sicherstellen, dass sie keine Langeweile bekommen. Übrigens, wenn dir unser Video gefällt, denk daran, dass ein super Dankeschön dazu beitragen kann, dass der Kanal weiterwächst. Bürste deinen Hund häufig Wenn ein Hund viel hart, kann man gar nicht auf genug betonen, wie wichtig das Bürsten ist. Während der Mauser wird empfohlen, sie täglich zu bürsten und eine spezielle Bürste zum Aufsammeln der angesammelten toten Haare zu verwenden. Die beste Bürste für diese Funktion ist eine mit Metallborsten. Welche Bürste du verwendest, hängt jedoch vom Haartyp deines Hundes ab. Finde heraus, welchen Haartyp dein Hund hat und verwende die entsprechende Bürste bei der Pflege. Bade deinen Hund mit den richtigen Produkten Das Baden unseres Hundes ist auch wichtig, wenn er viel hart. Wenn er hart, sollten wir ihn idealerweise einmal im Monat baden. Wenn wir nicht auf die Hygiene achten, können äußere Parasiten auftreten, die das Fell und die Haut des Hundes schädigen, was wiederum zu übermäßigem Haaren führt. Heute gibt es eine ganze Reihe von speziellen Shampoos gegen Haarausfall. Aber du solltest auf die Zusammensetzung achten und sicherstellen, dass es die folgenden Eigenschaften hat. Omega-3 und 6-Fettsäuren fördern das Haarwachstum und helfen, die Follikel zu stärken. Chinin ist ein natürliches Alkaloid, das das Fell des Hundes stärkt, sein Wachstum anregt und Haarausfall verhindert. Ein pH-neutrales Shampoo beugt Haarausfall vor und ist besonders für Hunde mit empfindlicher Haut erforderlich. Du kannst auch eine Pflegespülung kaufen, um das Fell deines Hundes zu revitalisieren und ihm wieder Glanz und Geschmeidigkeit zu verleihen. Zusätzlich zum Baden deines Hundes, der Verwendung eines Shampoos mit den oben genannten Eigenschaften und dem täglichen Würsten seines Fells solltest du einen Hundefriseur aufsuchen, um sicherzustellen, dass du den besten Schnitt hast, um übermäßigen Haarausfall zu vermeiden. Lass uns in den Kommentaren unten wissen, ob dein Hund viele Haare verliert und was du dagegen tust. Wir sehen uns beim nächsten Mal! Wachstum an! Wachstum an! Kapitel 6